Ich glaube, wir waren halt gerade bei so einer Mannschaft. Wir haben die Mannschaft, die Eis hat gespielt. Die anderen flitten die Scheiben raus. Sie bilden eine Trend in die Liga. Wir stellen uns zu 5 vor das Tor. Wir schippen die Scheiben raus. Aber sie haben halt gekämpft. Anscheinend haben sie sich die Strafen erarbeitet vom Tor. Das muss der Schiedsrichter wissen. Ja, was soll man sagen? Wir fahren jetzt heim. Wir fahren jetzt heim. Wir fahren jetzt heim. Wir fahren jetzt heim. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren jetzt heim. 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 Untertitelung des ZDF, 2020